Hallo, mein Name ist Thomas Lange, ich bin hier für die Firma DSV am Standort Leipzig verantwortlich und ich heiße Sie herzlich willkommen und möchte Ihnen hier gemeinsam mit Goodman das Thema Nachhaltigkeit an unserem Standort zeigen. Wir haben hier in einer sehr langjährigen, zehnjährigen Zusammenarbeit viele, viele Nachhaltigkeitsfeatures umgesetzt. Hier möchte ich nennen die gaslose Pelletsheizung, die den Mitarbeitern auch im Winter eine warme und wohlige Atmosphäre bietet. Die Bienenstöcke, die gerade in den letzten Monaten nochmal um zwei weitere aufgestockt werden. Und ich möchte euch gerne hier diesen genialen Honig von DSV vorstellen. Dieser wird an die Mitarbeiter verteilt und ist wirklich ein toller Beweis für unsere super Zusammenarbeit. Und was vor zehn Jahren keiner ahnen konnte, ist heute eine Erfolgsgeschichte. Gemeinsam entschieden wir uns von Beginn an auf LED-Beleuchtung im Innenbereich und Außenbereich zu setzen und konnten so erheblich Stromkosten einsparen und einen weiteren Beitrag für eine bessere Umwelt leisten. Darüber hinaus werden wir auch in Zukunft das Thema EV-Charging weiter forcieren. Wir haben hier bereits zwei Ladesäulen für die Mitarbeiter aufgestellt, die sie können sie nutzen. Und auch das ist ein Beitrag zum Thema E-Mobilität. Um unsere Umwelt vor Lärm zu schützen, installierten wir Lärmschutzwände, die wir begrünt haben. Dadurch haben wir den Arten vor Ort einen Lebensraum angeboten, der genutzt wird und somit unseren Beitrag für eine grüne Umwelt hier in der Umgebung geleistet. Dieser Standort ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir im Rahmen unserer sehr langjährigen Zusammenarbeit mit DSV viele interessante Nachhaltigkeitsfeatures bereits umsetzen konnten. Aber im Bereich unserer Strategie Greenspace Plus wird es auch in Zukunft noch viele Themen geben, die wir hier sehr gerne umsetzen möchten.